Willkommen von Himmola. Eine Winkelkombination habe ich jetzt für Sie. Und zwar das Modell 9103 als Winkelkombination in der Long Life Orange. Sie brauchen für diese 3-sitzige Kombination nur 2,20 Meter Platz. Längstes Maß. Und die Garnitur kann mit einfacher Technik sehr viel. Zuerst, Sie haben einen ergonomischen Sitzkomfort mit hier ausgearbeiteter Lendenwirbelstütze eher fest. Zartweiches Leder, imprägniert, Vollschutz, Männer und Kinder geeignet. Und Sie haben eine ganz einfache Technik. Sie drücken sich einfach ab und die Füße kommen raus. Sie drücken noch einmal und Sie haben hier jetzt original die Herzwaageposition. Also Knie sind auf Höhe des Herzens und somit haben Sie den idealen Rückfluss des Blutes aus den Füßen. Eine ganz tolle Geschichte. Einfach vorgehen, einfach reingehen und schon sitzen Sie wieder ganz normal. Und die Funktion ist so eingestellt, dass Sie nicht von alleine nach hinten geht. Der Mittelsitz hat noch was Besonderes. Sie können hier den Rücken klappen und haben dann einen vollwertigen Tisch hier in schwarz lackiert. Übrigens, dieser Sitz kann das gleiche. Eins, zwei. Das Kopfteil ist dann noch zusätzlich zu verstellen. Eine kleine schöne Winkelkombination für Leute, die gut sitzen wollen. Vielleicht für zwei Personen ständig, drei können natürlich drauf sitzen, aber dann ist es nicht mehr ganz so großzügig. Also für zwei Personen, die gut sitzen wollen, die gut liegen wollen, die Herzwaage wollen, die absolute Entspannung wollen, aber keine komplizierte Technik. Dann ist diese Garnitur das Richtige für Sie zum absoluten Sparpreis. Eine Garnitur von einer Sonderpräsentation. Jetzt halte ich meinen Mund, schnappe sie zu und tschüss.